hallo und herzlich willkommen zum kanal update für den juni 2023 und natürlich auch darüber hinaus ich möchte euch ein paar sachen erzählen und und ein paar kanal updates machen die mir sehr wichtig sind zum einen möchte ich gerne anfangen mit einer sache die mein herzen liegt nämlich patreon wenn euch der kanal und dieser content gefällt dann würde ich mich natürlich sehr freuen wenn ihr mich unterstützt und das geht über verschiedene plattformen im moment sind es drei das ist einmal patreon das ist einmal twitch und das ist einmal youtube wobei in meinen augen patreon tatsächlich die beste möglichkeit ist aber an den anderen beiden gibt ihr google oder amazon ein bisschen geld in die hand bei twitch sind es tatsächlich 50 prozent die bei mir ankommen und hier bei patreon ich zeige es euch mal sind es tatsächlich 100 prozent von dem was was da steht das kommt tatsächlich bei mir an ihr zahlt den ovulus obendrauf das sind glaube ich bei der 5 euro grenze 50 10 10 50 cent ich bin nicht 100 prozent sicher als gebühr das steht auch darauf zusätzlich vat und das würdet ihr tatsächlich bezahlen und die 5 euro kommen so eins zu eins ohne sonstige abzüge bei mir an finde ich sehr sehr schön und wenn ihr den kanal und diesen content mögt dann würde ich mich sehr freuen wenn ihr da mal drauf schaut und vielleicht ein café im monat da lasst und damit helft ihr auf jeden fall dass dieser kanal in zukunft auch weiter wachsen kann und was für vorteile habt ihr daraus also zum einen kriegt ihr natürlich einen exklusiven dank von mir kriegte so und so einen dank wenn ihr mich unterstützt aber nochmal persönlichen dank dann natürlich news über discord ihr kriegt ihr habt zugang zu einem exklusiven discord bereich da muss ich fairerweise sagen den kriegt ihr auch wenn ihr euch über youtube oder twitch unterstützt da mache ich keinen unterschied deswegen gibt es keine news auf patreon sondern die news ausschließlich bei discord bei mir ich arbeite in dem fall nur mit discord um eben allen unterstützern egal ob youtube twitch oder discord dieselben möglichkeiten zu geben deswegen da einen bereich bei discord da bin ich auch ab und an online da könnt ihr mit mir reden ihr kriegt die möglichkeit dort exklusiven news und auch diskussionen zu machen wir reden dort auch durchaus mal über neue let's plays und so weiter die ich dann exklusiv mit meinen unterstützern diskutiere und ideen und so weiter und so fort dann ab der 5 euro stufe habt ihr die möglichkeit in einem let's play video oder nicht nur die möglichkeit sondern werdet an einem let's play video am ende habt ihr wahrscheinlich mal diese liste gesehen exklusiv genannt ab fünf euro und mehr und natürlich auch zu zeigen dass ihr mich unterstützt und dass ich das wirklich wirklich toll finde ich würde mich wirklich darüber freuen so dann nächstes thema was auch oft oft jetzt in letzter zeit diskutiert wurde und tatsächlich auch oft angesprochen wurde ist das thema live streams haben sich mal sagen bei mir geändert und ich würde gerne für euch mehr live streams anbieten es wurden da tatsächlich wirklich viele fragen gestellt wie warum stream es überhaupt noch bei youtube wie sieht es mit twitch aus und so weiter und so fort und dazu möchte ich jetzt gerne euch erklären wir werden ab der nächsten woche das ist der fünfte sechste wieder exklusiv auf twitch streamen ihr seht meinen kanal hier im hintergrund das nennt sich der strategien wird ich verlinke euch alles unten in der video beschreibung und ihr seht ihr seht hier halt auch meinen normalen content ein zeitplan gibt es doch nicht den werde ich dann auch einpflegen und dann ist bleibt natürlich die frage wie sieht es mit youtube aus wirst du jetzt youtube nur noch als restaurante missbrauchen oh gott du hast doch gesagt so was machst du nicht und das bleibt auch so und auch dazu habe ich mir etwas überlegt das möchte ich euch hier zeigen so erstmal was ist das hier was ihr seht das ist mein programm kalender und mein planungs kalender hier seht ihr offen für alles alle sachen die ich plane wann die videos kommen und so weiter und so fort link auch da in der video beschreibung ihr habt hier übrigens auch die liste der schande von der ich immer so gerne spreche das sind let's plays die seht ihr hier die noch offen sind und die ich definitiv irgendwann noch mal machen möchte galactic civilisation 4 2 forges anno 1800 seht ihr alles da ist alles noch dokumentiert ist alles da drin das sind let's plays sobald ich zeit habe kommen die das ist meistens in der winterzeit oder in der sommerzeit es gibt immer so ein sommer und so winterloch wo einfach nichts kommt oder wo halt wenig spiele rauskommen und da können wir so eine sachen super machen das ist wirklich meistens so in der dezember zeit das ist so die zeit wo man wo man zeit hat im frühjahr und im herbst ist es schwierig weil da die viele spiele rauskommen da ist es immer sehr voll so dann jetzt die frage wie läuft das jetzt weiter mit youtube und twitch wird jetzt demnächst wieder alles bei twitch gemacht und dann ist das nur noch als rest rampe wird es einen uncut kanal geben wie läuft das also einen uncut kanal wird es bei mir nicht geben weil ich persönlich ich gucke mir diese diesen content auch bei anderen youtuber gerne an ich mache ihn ja selbst mehr oder weniger auf meinem kanal über die youtube streams das ist ja auch nichts anderes als uncut material es wird bei mir aber keinen separaten uncut kanal an sich geben das ist eine persönliche sache ich gucke mir den content von anderen und auch gerne an aber ich glaube dass mein kanal nicht so groß ist dass der algorithmus einen so entscheidenden unterschied macht wenn wir einen stream in kleine teile teilen und den bei youtube hochladen es wird in zukunft wenn die let's plays abgeschlossen sind weiterhin uncut material auf meinem kanal geben und natürlich auch let's plays und das zeige ich euch jetzt im format so wie es andere youtuber machen in kleine stückchen geteilt und dann bei youtube hochgeladen so jetzt ist die frage wie unterscheidet sich das jetzt wo was wie wann wieso es gibt zwei let's plays geben die sind immer youtube exklusiv und die werden ausschließlich für youtube aufgezeichnet und das sind nicht mehr normale let's plays sondern die möchte ich ab heute long place nennen das seht ihr auch in einer liste sind einmal die beiden hier die sind auch hier entsprechend schon eingetragen und die sind ausschließlich für youtube und die werden wir auch definitiv zu einem ende spielen stellares ist das ende klar und workers and resources ist das ende die veröffentlichung der version 1.0 gegen ende des jahres da werden wir das let's play beenden und mit der version 1.0 ein neues starten so das ist im prinzip die 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 das ende von den let's plays aber die long place die werden wir unabhängig von neuen spielen immer bis zu einem definierten ende spielen so dann wird es demnächst drei streams geben habe ich drei finger zeigt ja ich zeige drei finger und zwei davon werden videos für youtube produzieren das sind unter anderem der mittwochs stream so stelle ich mir das vor und der sonntags stream und da werden wir die beiden let's plays die hier oben sind produzieren aktuell läuft dort above the snakes momentan läuft im let's play 1 noch age of wonders 4 das wird sich dann nix dann ändern ich kann nicht genau sagen wann ich würde das gerne eigentlich zu ende spielen age of wonders 4 deswegen kann es sein dass es noch ein bisschen dauert deswegen ist auch in den wochen hier noch kein sonntags stream eingetragen der wird aber kommen und dort werden wir dann das let's play was dann auch immer kommen mag dort produzieren so und wichtig ist mir dass youtube wirklich nicht die rest der rampe von twitch ist und das bleibt auch so die anderen drei let's place möchte ich weiterhin also long place und das eine let's play wird weiterhin youtube exklusiv produziert werden und dann denkt man sich moment da passt aber was nicht da ist ja noch nen stream übrig ja dieser stream das wird ein blog stream werden so wie man den wie man den bisher kennt und der wird dann als ein blog auf youtube hochgeladen als im prinzip zusätzliches let's play jetzt nicht als let's place in dem also in dem normalen format mit kleinen videos sondern so wie man das kennt als ein blog allerdings nicht mehr bei youtube gestreamt so und jetzt kommen wir dazu und sagen moment aber du hast doch gerade erst captain of industry angefangen wir stream doch gerade city skylines das werden wir auch weiterhin streamen bis zum ende also wenn captain of industry zu ende geht city skylines let's play wenn das zu ende ist und wir ein neues anfangen dann werden wir das dort auch streamen und dann werden wir zumindest für den teil auf twitch exklusiv umsatteln aber wir haben mit captain of industry and city skylines hier bei youtube als stream angefangen und das werden wir definitiv noch zu ende führen das fände ich sonst euch gegenüber einfach unfair trotz alledem würde ich mich natürlich freuen wenn ihr meinen twitch kanal abonniert link in der video beschreibung und ich freue mich persönlich sehr darüber dass ich euch mit diesem neuen konzept ein weiteres let's play anbieten kann was ich jetzt long play nenne denn bisher gibt es nur ein einziges nämlich workers and resources was wir immer wirklich bis zum oder was wir immer konstant durchspielen und da möchte ich euch jetzt einfach auch mir ein zweites anbieten eine sache wo ich mich jeden tag darauf freuen kann und das sind diese anderen sachen dann nochmal eine sache wir haben einige sachen angefangen das waren zum teil experimente zum beispiel haben wir civilisation 6 angefangen das war eigentlich nie als stream geplant ich hatte einfach nur morgens bock auf eine runde ziv und ich dachte bevor ich die alleine spiele nehme ich nochmal zehn leute mit dazu wenn es vielleicht irgendwann ein neues ziv gibt oder wenn wir irgendwann mal zeit haben dann spielen wir gerne noch mal eine richtige runde ziv wo ich mich richtig darauf vorbereite wo ich eine richtige einen richtigen plan für mache aber das werden wir nicht weiterführen dann crusader kings 3 auch da haben wir ein cooles teil angefangen und ich kann euch auch da leider nicht versprechen dass wir das weiterspielen vielleicht irgendwann mal wenn wenn ich mal zeit habe eine stunde auf youtube dann werden wir uns das mal genehmigen und weiterspielen ja das wird man dann und dann auch entsprechend sehen dann wird es in den nächsten tagen ein paar umfragen geben bei youtube würde mich sehr freuen wenn ihr daran teilnehmt unter anderem was wir mit edge of wonders hier machen ich würde das gerne zu ende spielen die entscheidung überlasse ich aber euch das werde ich also das möchte ich gerne einfach euch entscheiden lassen wie wir damit umgehen und ja das wird allerdings noch eine weile dauern das let's play was nach stellares kommt das möchte ich euch auch entscheiden lassen das wird wahrscheinlich ein aufbau game sein ich könnte mir aber auch durchaus vorstellen dass wir in richtung vielleicht mal hearts of iron 4 gucken als neues long play was wir dann durchspielen ich habe auch noch anno galactic civilisation 4 apps gesehen steht auch noch auf der liste drauf da werde ich mir die spiele mal raussuchen und dafür wird es dann das dauert aber noch ein bisschen weil wir haben gerade erst mit slaris angefangen das bringen wir natürlich vernünftig zu ende werdet ihr dann die möglichkeit haben dort ja zugucken und das ganze zu machen und dann am ende weil mir das wirklich eine herzensangelegenheit ist ich würde mich wirklich freuen wenn ihr einmal bei patreon vorbeischaut und vielleicht eine unterstützung da lasst damit helft ihr auf jeden fall diesem kanal dass wir in zukunft auch weiterhin coolen content also wir ich und für euch anbieten kann ich danke euch und vielleicht bis zum nächsten stream euer strategie net